Durch den regelmäßigen Konsum von grünen Nahrungsmitteln können mehr Kalorien abgebaut werden, als eingenommen werden. Durch den regelmäßigen Konsum von grünen Nahrungsmitteln können mehr Kalorien abgebaut werden, als eingenommen werden. Dies ist insbesondere bei Abnehm-Diäten sehr empfehlenswert. Möchtest du auf gesunde Weise an Gewicht verlieren, ohne dabei große Opfer bringen zu müssen oder Hunger zu leiden? Kennst du die grüne Diät, wenn du auf... Dies ist insbesondere bei Abnehm-Diäten sehr empfehlenswert. Möchtest du auf gesunde Weise an Gewicht verlieren, ohne dabei große... In diesem Beitrag empfehlen wir dir verschiedene grüne Nahrungsmittel, die dir überdies helfen können, an Gewicht zu verlieren, warum eine grüne Diät, grün ist die Farbe der Leber, sowie der Hüter unserer Gesundheit, dieses wichtige Organs. Die wichtigsten Eigenschaften sind... Bessere Funktion der Leber sowie Verdauung im Allgemeinen, Vorsorge gegen Verstopfung, Vorsorge gegen Herzgefäßkrankheiten, Reinigung des Organismus von Schadstoffen, Verbesserung... Doch nach einer Woche sind dann die ersten Vorteile zu spüren, du wirst dich leichter fühlen und viel Energie haben. In den ersten Tagen kann es dann zu verschiedenen Beschwerden wie Kopfschmerzen, Verstopfung... Die Kilos, die du verlierst, wirst du dafür dann nicht mehr zunehmen, wenn du nach den zwei Wochen die grüne Diät teilweise weiterführst... Lesetipp, 15 Tipps zum Abnehmen ohne Diät, damit wirst du verschiedene Gewohnheiten verändern, die Kilos, die du verlierst, du solltest auf keinen Fall auf eine Mahlzeit verzichten. Jeden Morgen bereitest du dir einen köstlichen grünen Smoothie zu, du darfst wegen der Farbe nicht erschrecken, der Geschmack ist es gezeichnet. Wie auch bei Fruchtkombinationen und der Smoothie enthält viele wertvolle Nährstoffe, du solltest... Jeden Morgen bereitest du dir einen köstlichen grünen Smoothie zu, du darfst wegen der Farbe nicht erschrecken, der Geschmack ist es gezeichnet. Wie auch bei Fruchtkombinationen und der Smoothie enthält viele wertvolle Nährstoffe, du solltest... Jeden Morgen bereitest du dir einen köstlichen grünen Smoothie zu, du darfst wegen der Farbe nicht erschrecken, der Geschmack ist es gezeichnet. Wie auch bei Fruchtkombinationen und der Smoothie enthält viele wertvolle Nährstoffe, du solltest... Jeden Morgen bereitest du dir einen köstlichen grünen Smoothie zu, du darfst wegen der Farbe nicht erschrecken, der Geschmack ist es gezeichnet. Wie auch bei Fruchtkombinationen und der Smoothie enthält viele wertvolle Nährstoffe, du solltest... Jeden Morgen bereitest du dir einen köstlichen grünen Smoothie zu, du darfst wegen der Farbe nicht erschrecken, der Geschmack ist, wenn du unbedingt etwas Süßes möchtest, dann kannst du einen Apfel oder eine Birne essen. Auch ein hausgemachtes Kompott aus diesen Früchten ist möglich, grünes Abendessen für das Abendessen eignet sich dann eine grüne Cremesippe es gezeichnet. Dazu können dann folgende Gemüseserten verwendet werden, Spinatmangol, Zucchini, Grüne, Paprika, Lauch, Petersilie, Selleriate, Schocke, Erbsen, auch andere Farben können zusätzlich eingebaut werden, beispielsweise kannst du Haferflocken verwendet werden. Dazu können dann folgende Gemüseserten verwendet werden,